Was sind Flummis? Flummis sind im Normalfall kleine springende Bälle. Anders ist dies in Mannheim und Umgebung. Hier sind es Doris Decker, Ulrich Himmel, Anke Martinischmidt, Armin Nöte, Martina Sali und Iris Jansen. Sie springen meistens über die Bühnen der Region und stellen dabei die Kunst des Improvisationstheaters fluminant auf den Kopf. Anders als andere Improgruppen haben sich die Flummis dem Langformat verschrieben. Das heißt, dass sie ganze Theaterstücke, Musicals oder Krimis aus dem Nichts erschaffen und direkt im Moment aufführen. So entstehen einmalige, wundervolle, fantastische Stücke und Geschichten, die es so nur an diesem Abend gibt. Eine Premiere und Deniere gleichzeitig. Wann kann man die Flummis wieder sehen? Samstag, den 17.05.2014 im Flamenco-Studio Lunamora in der Dammstraße 31 in Mannheim. Weitere Infos finden Sie unter www.flummis-impro.de www.flummis-impro.de Vielen Dank.